25 Jahre habe ich das gemacht, was mich, glaube ich, einfach immer erfüllt hat, habe ich im Fußball gefunden. Es war eine sehr besondere Zeit und habe es einerseits aus gesundheitlichen Gründen natürlich auch treffen müssen, aber ich bin sehr dankbar, dass nach all dieser Zeit, nach unzähligen Operationen, Rückschlägen, ich trotzdem mein Karriereende so bekannt geben kann, dass ich als fitte Spielerin vom Platz gehen durfte. Ich glaube, wenn ich so rückblick, war mein Weg sicher nicht immer einfach, als einziges Mädchen unter den Jungs. Ich habe super viel Glück gehabt mit meiner Mannschaft, mit dem TSV, super Burschen, mit 16 weg von daheim. Das war nicht einfach, mit viel Heimwärm im Gepäck. Und trotzdem habe ich so viele tolle Sachen erleben können und habe dann aber trotzdem erfahren, nach einem halben Jahr eine schwere Verletzung und da droht das erste Mal das Karriereende schon mit 17. Und so habe ich eigentlich eine Sache für mich früh schon gelernt und erkannt. Nichts ist selbstverständlich. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020